was geht ab leute hong hier aus dem aldi erstmal eine kleine stärkung holen weil sind ein paar module gezündet vom kollegen murat als kleine feier weil er mit seinem chanjaga 5000 kilometer gelaufen ist oder jetzt dann laufen wird und einen glückstausch habe ich auch mit ihm und erhöhte spawns erhöhte shinies an modulen ist immer gut denke ich so fertig gegessen und getrunken bisschen energie getankt das ist der ort wo wir jetzt rumlaufen oder schon rumgelaufen sind spendiert von rsk de jata 34 runden gedreht wir schauen mal in dem bottel ob ich irgendwas geklickert habe wahrscheinlich ist aber ich glaube nicht den hatte ich schon davor gefangen habe jetzt werden zwei tage die erhöht sind zwei scheines gefangen ein traumvogel und ein griffel mal schauen ob da noch heute ein paar dazu kommen werden murat läuft da vorne ich musste jetzt erstmal einholen wir haben ein paar runden gedreht wir haben sogar murat überrundet bis der flaute bis herflaute aber bäm shiny separ nice das ist auch super hier hat sich doch gelohnt wir laufen jetzt zu einem fünfer vielleicht haben wir ja noch mal schade glück aber hier ein einsames siebener rei brüte momentan nur ein einzelnes siebener rei schade kein shiny kusseller schauen wir mal das ist nicht fest hier nicht zum anlegen check die videos von gestern vorgestern ab ich habe ein hunderter mir gegönnt während der rage stunde aber können wir uns noch ein shiny gönnen ne schade wieder mal muss schauen aber ich glaube schon habe ich noch einen einzigen 93 aber ihr wisst ja die raubkatzen wurden angekündigt ich denke da werde ich was besseres bekommen als diesen 93 hier er ist sogar der erste also der kommt sogar diesen monat noch aber ich habe nicht auf die wp geachtet die detect 15 schauen wir mal spiel funktioniert nicht was wieder da los nenne ich netzwerk fehler egal was man fängt das komplexe fehler man kann nicht gehen so ha 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 hat seine 5000 kilometer voll gemacht mit genera wir haben hier noch ein scheinig scheinig ok ist eigentlich kein event pokémon aber von denen habe ich schon viele ist aber auch sehr gefragt dass mein fünfter habe aber schon auch schon zwei jahr getauscht der der ist sehr sehr gefragt jetzt habe ich noch mal zum tauschen gleich wenn die sonde läuft vielleicht hätte ich noch gerne was neues so ein krissele machen wir noch ein paar satte noch danach geht es ab in die heimat ein paar Agen machen auf voll gleicher zack würde ich sagen so ist der nächste morgen tag war ganz erfolgreich wir haben eine box am start von kingsloot vielen dank link ist unten in der beschreibung alle infos jeden monat eine box zum thema gaming nerde und geeks und wüste gehen aus an murat und sein chanerga 5000 kilometer geknappt ich will nicht an mit was ich so alles gelaufen bin trattini war lange galaxo lavita also die ganzen kandidaten die jetzt nicht mehr selten sind durch die ganzen seadays und events so wir öffnen erstmal die box boah dicker was ist das mann gruseliger clown gladiator von stublinds twisted metal alles klar schreibt unten in den kommenden tage mit was ihr momentan lauft und wie viele kilometer euer meistgelaufener body hat so was haben wir da noch rock candy Thor Ragnarok Valkyre uuuu ok wir haben am start ein t shirt all paths lead to chaos keine ahnung was soll das sein wahrscheinlich nicht und rick und mordy schlüsselanhänger ich weiß nicht ob das rick oder mordy ist weil ich schau mir das nicht an und oida call of duty tasse das ist so ne zum campen so ne tasse schön übers feuer legen und so und da so diese bohnen rein nächstes mal für die nächste deutschland tour selten stadt hotel und zu guter schluss haben wir ein monster untersetzer alles klar vielen dank kingsloot oh der tag für uns war gestern auch recht erfolgreich drei shinies sep am start mein fünftes raupi aber wie gesagt raupi ist sehr begehrt nehme ich gerne noch und rüffel mein drittes ich weiß nicht wie begehrt er ist ich glaube nicht so gute shiny chance gute shiny rate solltet ihr nutzen dementsprechend geht heute nochmal raus das werde ich natürlich auch noch machen nachdem ich hier noch ein bisschen gearbeitet habe euch viel glück viel erfolg das war's von mir leute wie immer liken subscriben kommentieren check die anderen videos ab folgt mir auf instagram facebook twitter check den shop ab vergesst nicht pokemon is serious business du bist du bist das was mich du 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 du